Wer erfand den Vegetarismus? Gibt es jemanden, der als Erster den Vegetarismus erfunden hat? Gibt es jemanden, der als der Urvater des Vegetarismus gelten kann? Da ist eine Frage, die mir gestellt wurde. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Ich könnte jetzt sagen, wer erfand den Vegetarismus? Könnte man sagen, die Evolution. Zu Anfang gab es auf diesem Planeten nur Pflanzen. Danach gab es die ersten Tiere. Und die ersten Tiere haben sich von Pflanzen ernährt, weshalb die ersten Tiere Vegetarier waren. Und es heißt sogar, dass in der ersten Periode, wo das Tierreich sich stark entwickelt hatte, tatsächlich Vegetarismus überwogen hat. Und erst als in einer Katastrophe, das bis dahin bekannte Leben weitestgehend ausgelöscht wurde, dann entstand eine neue Periode und dort entwickelten sich dann auch Fleischesser. In diesem Sinne, die natürliche Ernährung ursprünglich ist Vegetarismus. Dann wiederum, wenn es aber den Menschen hingeht, sagt man zwar, zu der Steinzeit war der Mensch Jäger und Sammler, aber es gab auch, und da sind sich viele Biologen und Anthropologen einig, auch Perioden, wo Vorgänger des Menschen vegetarisch waren, sich von Früchten ernährt haben und dem, was auf Bäumen lebt. Und so ist also der menschliche Vegetarismus auch wieder sehr alt. Und dann finden wir eigentlich in allen Kulturen auch Vegetarismus. Pythagoras bei den alten Griechen war vegetarisch. Und es gibt eine Menge weitere unter den prominenten Philosophen und Dichtern und Staatsmännern des alten Griechenlands, die vegetarisch waren. Unter den Römern gab es Vegetarier. Bei den alten Ägypten gab es bestimmte Menschen, die Vegetarier waren. Es gibt in den verschiedenen schamanistischen Kulturen werden oft Menschen, die besondere Aufgaben haben, zu Vegetarismus angehalten. Man könnte sagen, Vegetarismus als größere Bewegung entstand vermutlich in Indien im 8. Jahrhundert vor Christus. Dann gab es entweder im 7., 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus Mahavira, derjenige, der den Jainismus entweder begründete oder ihm neue Impulse gab. Und der war ein großer Befürworter des Vegetarismus. Ihm ging Ahimsa nicht verletzen aller Lebewesen ganz besonders nah und ihm war das besonders wichtig. Und in dieser Strömung lebte dann auch der Buddha und auch der Brahmanismus als Zweig des Hinduismus, wurde stark von diesem Vegetarismus beeinflusst. In dem moderne Vegetarismus ist zum einen in England entstanden, wo es eine Bewegung gab aus dem Tierschutz heraus seit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts und auch Mitte, wo es zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland eine vegetarische Bewegung, die sich aus mehreren Quellen speiste. Es gab zum einen die pietistische Bewegung und dort gab es einige Pfarrer in Südwestdeutschland, die vegetarische Ernährung propagierten als Nächstenliebe, nicht nur auf Menschen beschränkt. Es gab buddhistische und theosophische Strömungen, die im 19. Jahrhundert kamen, die von Indien den Vegetarismus mit übernommen haben, was später auch in der Anthroposophie eine Rolle spielte. Und es gab dann auch die Reformbewegung, die eben auch zurück zur Natur propagierte und in diesem Zug auch die vegetarische Ernährung. Und so gibt es verschiedene Strömungen und vermutlich wird man sagen können, solange es Menschen gab, gab es auch immer einige, die die natürliche Neigung hatten zum Vegetarismus. und dann geschehen wir uns. Vielen Dank.